Was ist das, Udo? Ein Pflaster! Das sieht doch jedes kleine Kind, der da ein Pflaster ist. Ich habe hier eine kleine Entzündung da vorne. Kein Pickel, eine Entzündung. Wenn ich Pickel abkleben würde mit Pflaster, würde ich aussehen wie... Ich würde überall Pflaster haben. Hier, hier, du glaubst, nach von Notre Dame siehst du dann aus. Da darf kein Dreck dran kommen und da hat Wilfried mir ein Kinderpflaster gegeben. Das, was zu dir passt. Das tut er. Ich habe übrigens Besuch dieses Wochenende. Aaron Troschke ist hier. Der alte Lümmel, der alte Tu nicht gut. Und ich dachte, vielleicht kann man mit Aaron ins Limit gehen. Alte Dorfdisco, hier war ich ewig nicht. Wilfried, würdest du mitkommen? Ja. Geil, mit Wilfried im Disco. Wollen wir nicht mal zusammen in den Urlaub? Ich habe dich gerade Ron genannt. Das ist die Abkürzung von Aaron. Hier sieht das aus, das ist der Wahnsinn. Ich frage mich, wie wir immer dazu kommen, dass dieser Raum auf einmal fast fertig ist. Und dann sieht er wieder so aus. Und du natürlich so dicht mit der Kamera, wa? Hier, Elbert. Das macht Power. Und dann in der Runde nochmal rein dazu. Auf Wiedersehen. Einen schönen inmTV, geht's dir. Einen schönen hopefully auch? Auf Wiedersehen. ». Ihr ne